Assange, kein Verlassen der Botschaft trotz Verfahrensende Die Ermittlungen gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange wurden laut der schwedischen Staatsanwaltschaft Mitte Mai 2017 eingestellt. Gegen ihn wurde im Jahr 2010 ein Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Vergewaltigung eingeleitet. Um sich einem schwedischen Haftbefehl zu entziehen, ist er 2012 in die äkadorianische Botschaft in London geflohen, wo er sich bis heute aufhält. Die britische Polizei Scotland Yard kündigte jedoch schon an, ihn trotz der jüngsten Entwicklungen verhaften zu wollen. Ohne Details zu nennen, gab sie an, er würde wegen eines viel schwerwiegenderen Verbrechens gesucht. Nach den ganzen Enthüllungen von Dokumenten und E-Mails, die Wikileaks über den Irak- und Afghanistan-Krieg, über Hillary Clinton und die CIA veröffentlichte, liegt es auf der Hand, wessen man ihn beschuldigt. Offensichtlich geht es jetzt, wie schon bei den Verfahren der angeblichen Vergewaltigung, um die Auslieferung an US-Behörden beziehungsweise das Verhindern weiterer unliebsamer Enthüllungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Architecture Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jahrberg, 2019